Ja, da sind wir endlich mal wieder zu Left 4 Dead 2. Ja, mit meiner bekannten Gruppe, bestehend aus dem Hoster, heute Streifenhörchen. Ja, schön. Den Namen wirst du einfach nicht mehr los. Nein. Dann haben wir auch unseren Blacky. Oi. Und den Wattrot. Jööö. Jööö, heute mal ohne irgendwelche vulgären Einwürfe oder größer. Kommt mal später. Kommt später. Kommt später. Aber wir starten jetzt einfach mal. So euch gesagt. Ja? Was? Nicht du. Ja, nicht ich. Ja, heute ist die Kampagne Infektionszentrum dran. Quasi die erste Kampagne aus dem Left 4 Dead 2 Teil. Ja, also nicht nur quasi, es ist sogar so. Hoffen wir mal, dass das Feuerzeug hält. Was für ein Feuerzeug hält? Äh? Ja, ich brauche ein Feuerzeug, weil sonst wackelt meine Tastatur. Man, 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 man improvisiert, wo man kann. Statt der Kalei ist eigentlich. Mann, man, 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 was? Das sind ja schon gute Voraussetzungen heute. Haben sie schon gespielt? Ich kenne das bloß oder schon. Ja, ja, wir haben noch eh schon alle Kampagnen einmal durch, deswegen ist es ja nicht blind. Ne? Das wäre auch schlimm. Das wäre, äh... Left 4 Dead 3 wird irgendwann mal blind. Irgendwann mal. Kommt das eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwann mal. Irgendwann mal. Wenn's fertig ist. Wenn's fertig ist, genau. Der nicht-sagende Countdown hat ja Sachen erhoffen lassen. Und dann noch drei Tage. Und dann noch drei Tage. So, Ladevorgang noch zu Ende gehen. Danke schön. Wir haben lange nicht mehr gezockt. Ich merke dann, dass das Natur... Ich höre dich nicht, der Heli ist so laut. Ich auch nicht. Komm zurück! Hey, komm zurück! Er kommt doch nicht zurück. Ich glaube auch. So, erstmal alles plündern. So, und weg da! Slashen! Slashen! Guten Tag! Ops, sorry. Au! Die Damen kommen hier gerade an. Ernsthaft? Was hast du denn jetzt? Schon wieder abgekackt. Ja, schlecht. Schön. Ich komm gleich nach. Du kommst nach. Und kackt, mein Spiel hautsch dir nicht ab. Kackst du ab, hast du verkackt. So. So, ich hab jetzt endlich mal mein Brotmesser. Batraut, du weißt, wo das nächste Brotmesser uns so liegt. Ah, incoming, Hilfe! Boomer! Boomer, Boomer, Boomer! Ah, ah, Hunter, 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 Hunter! Streifenhörnchen, warum stehst du da nur so rum? Ja, ich wollte mal gucken. Er wollte mal gucken. Haut der mich gerade durch die Decke? Nee, da war einer neben dir. Also. So, was machen wir jetzt? So, ich bin gleich wieder drin. Yay! Ja! Huch! Es brennt! Wahrscheinlich ist mein Rechner beleidigt. Ich hab ihn zu lange nicht mehr benutzt. Das wäre aber auch beleidigt. Ein Ladewürtcher. Lade nach! Ladewürtcher! Nein! Nein, das ist keine Kotze! Ja. Der rennt brennend aus. Hey! Boah! Ich kann ihn ja rindforschubsen. Wahrscheinlich bin ich entweder gleich A, tot, oder B, habe total scheiße Waffen. Ah, ich brenne! Ah, ich brenne! Brenne! Ja, du lebst so. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich bin da, ich bin da. Swing! Alter! So, da bin ich wieder. Ja, Swing! Lieber später als nie, wa? Ah! Als nie. Ah, kacke, ich komme hier nicht weg! Scheiße, ich komme hier weg! Ah! Ich glück' auch schon. Hilfe! Nach dir! Ich bin verkacken! Satz zu dir! Kommt der von mir mal vor, Ren! Ey, ich habe noch zwei... Das gibt's ja nicht! Oh, guck mal! Wow! Du vollidiot! Oh, was ist denn es brennt! Ha, was haben wir früher gelernt? Wenn es brennt, nie die Türen aufmachen. Was habe ich gemacht? Ich habe die scheiß Tür aufgemacht, richtig. Ich will immer F drücken. Man kriegt doch ein Licht. Oh, guck mal, noch eine brennende Tür, ich meine... Äh, ich bin gerade drauf, einer, nicht? Soll ich auch noch aufmachen? Ein Rohrbommer! Oh, endlich, um! Wofür? Mann, 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 Mann! Ich stelle mir doch auch wieder selten blöd an. Komm' ich noch eine Runde pennen, hier liegen Schlafsäcke. Ob, springt die einfach runter, ist das? Oh, ja! Kettnägel! Und tot! Moment! Was machst du da? Oh, sogar ein Balkon mit Ausblick. Oh, das ist auch das Wichtigste. Oh, die Olli labert schon in der G4, ne? Ja! Warum eigentlich? Moment! Ich muss mich erst kurieren! Kurieren! Das war's noch nicht! Mh, Kettensäge oder Diegel? Incoming! 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 Swing! Swa! 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 Boah, meine Fresse! Bist du wieder raus? Ja! Hahaha! Mensch! Fahrstuhl! Ey, ganz ruhig! Fahrstuhl! Fahrstuhl! Ich geh mal eben hier in die Audioeinstellung rein! Fahrstuhl! Jetzt komme den scheiß Fahrstuhl! Ja, hallo! Connection Problem! Äh, Maxi, dein Charakter hält mich gerade! Gern geschehen! Danke! Ja, ist wieder alles sehr, sehr... Was machst du da? Willst du hier? Aua! Bist du bescheuert? Weg! Weißt du, nie gibt's Probleme! Aber jetzt! Jetzt, wo ich spielen will mit euch! Da... Daran können's fliegen! Kackt das... Kackt das befickte Ding wieder ab! Also... Ich weiß, warum ich den aus dem Fenster schmeißen will! Weil er gut fliegt! Genau! Weil er gut fliegt! Weißt du, zahlst du ein Vermögen für so ein Teil, der funktioniert? Aber ich könnte mich schon wieder rausbringen! Weißt du Bescheid? Wenn du einen PC kaufst, dann ist er gestern schon alt gewesen! Ja... Oh, hier sieht man ja echt viel! Ja, ist echt... Also, zu kalt! Zu kalt ist es hier auf keinen Fall! Wobei, ich könnte doch schon so eine Winterjacke mal gebrauchen! Oh, schon! Ja, da sind wir zum Server abgeworfen! Oh, Gott! Hä? Warum gibt der mir andere Anliegen für 30 Minuten? Nein! Nein! Ich komme... Bitteschön! Die Fiemen nehme ich mal mit, ne? Ja! Für den Fall! So, ich habe weder eine Adrenalinspritze, noch was anderes! Wolltest du eine Adrenalinspritze von mir haben? Nein, alles Jutsch! Du wirst schon, ne? Safe House! Ja, da kannst du jetzt ja das Medikit haben, dass ich nicht brauche! Oh ja! Dann gleich sieht das wieder aus! Wer wegt eure Herrschel sofort hier rein! Oh, endlich mal eine vernünftige Waffe! Hm! Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Wie haben wir eine Auswahl? Shotgun? Oder doch die? Nimm die! Wer nicht will, der hat's schon! Du bleibst draußen! Na, 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 na! Kommst du jetzt rein? Komm rein! Na komm! Na komm! Na warte! Aua! Was machst du denn da? Dann nimm sie mit! Da fliegen Leichen vom Dach! Heiß? Jetzt komm rein! Wo fliegen da Leichen? Ja, ist doch jetzt egal! Wir können das auf die leichte oder auf die harte Dorn machen! Scheiße sofort rein mit euch! Dein Hartgelecht! Ja, du kriegst die Tür nicht zu! Wuuu! Ey, du bist auch echt... Yeah! Ich war von 0 Flecki, ey! Boah! Oh, was? Äh! Ah! Ich könnte ja ausrasten, könnte ich hier, Mensch! Tust du ja nicht schon! Nein! Noch bin ich ruhig! Äh! Sehr schön! Weißt du? In 5 Minuten verreckt ihr das Spiel 5 Mal! Vorher weil es ja schon mal 1 Minute gebraucht zum Starten! Aber es ist cool, dass du mit dir hältst! Ja! Ach, schön! Ja! Freundes, könnte man nicht immer alles glatt laufen, ne? Wartet du gerade noch im Selfrum auf mich? Wartet du gerade noch im Selfrum auf mich? Wartet du gerade noch im Selfrum auf mich? Okay, glaube ich! Wenn du dann auch da bleibst, dann ja! Haha! Kollege! Provozier mich nicht! Zu spät! Ich bin geladen! Zu spät! Ja, ich bin auch geladen! Hier, Reload! Wir haben den Riko Motifunktionsdruck! Aha! Sag mal! Nicht bewegt, Joe! Warum heute für eine Kampagne 10 Stunden? Weil ich 5 von draußen... 5. Ich werde langsam claustrophobisch! Lass mich auf! Nicht mehr lange, nicht mehr. Äh.. Ich komm nicht mehr unter! aber über überlegt und meine Ausraster mit so einem Pieps oder lässt sie vollkommen drin? die lasse ich komplett drin oh Gott, das bleibt alles komplett unverfälscht das Spiel ist eh ab 18 von daher oh mit dem Bullshit, okay? okay bitte please was macht... ah jetzt ist da wieder drin? stoppt dir dein Kram da hab ich noch was im Einkaufszentrum Moment, einmal noch kurz aufs Klo incoming oder sowas in der Richtung sowas in der Richtung, ich war ein Outcoming hast du ein Coming Out? oh Gott, ich hoffe nicht oh warte ich wundere glaube ich gerade mal Munition, ich hab ja eben alles verstoßen mir fällt gerade auf oh du hast nur noch 280 Schuss so, ich wurde aber mal abgeräumt Ben Little Witch oh Gott, hab ich fast draufgesch... ja du hast draufgeschossen nein, warte mal wer draufgeschossen hat Starts ab dritten! kleiner Wichser weg da na gut was geht denn bei euch hier ab? alles alles geht hier ab hier liegt ne blaue Witch ja, die ist tot bei mir ist sie grün ich bin sie blau Mensch, schreib mir mal, hast du noch heute so viel zu tun? ist Roche aber so gefragt? Tja, die schwarzen Frauen sind echt gefragt jeder mag Schokolade, ne? Alter, das weiß was nicht nein Moment, ich hör mich mal, aber ganz kurz wow oh yeah oh yeah das ist doch gleich schon viel, viel besser jetzt läuft es endlich mal, ne? aber wenn es noch mal passiert, dann hören wir wie ein PC aus dem Fenster fliegt und dann reicht es plötzlich die Verbindung ab nee, das hören wir nicht ja, ne, wir hören es ja so lange, bis, äh, der, bis das Kabel raussteht hoffentlich kein Fehler dahin zu tun aber ich hänge so ein bisschen, wie war der Name? die Schatten? ja, weißt du, die kann sich wieder nichts merken oh, da war ein Jockey mit dabei na, sowas ja, weißt du, sorry macht nichts ne, das war an mich gemeint, glaub ich ne, das war an Blackie Boomer war auch sehr intelligent oh, oh, oh ich seh's gerade äh, Blackie? total Zen-sein, verstanden? ich starte mal Arzt-Team nochmal neu er hat den auch daran liegen irgendwer muss mal gerade Alice wieder ach, natürlich, natürlich liegt der, oder was? ach, ne, der hängt der hängt, der hat nen Hänger der hat nen Hangover oh, oh, oh über die Tonne über die Tonne Waffen! über die Tonne also über deine Mutter so jetzt haben wir auch mal deine Mutter Witz gebracht aua was denn hier ist eine komische Wandung? ernsthaft? jetzt will er nicht Steve wird aktualisiert ernsthaft? ja, Steve mag aktualisieren, dauern nie lange ach, leider oder so ich höre was böses hier ist es nicht vielleicht ist das ja dann auch das AAAAAAAAHHHHH ein Hunter ein Hunter oh, Jockey und ja, toll ich hab grad den Jockey mit der Propan Gasflasche erschlagen Leute, ich könnte echt kotzen ach, Quatsch echt kotzen könnte ich wir machen das dann weg Mutti zum Urlaub ja, schlecht dann Mutti muss den Urlaub abbrechen das wär was da Mom, hab in die Wohnung gekotzt komm jetzt her, mach das weg mach das weg da bleibt hier alles wie das ist ob du hier bist, oder nicht so, ich hab jetzt meinen Kaffee getrunken beruhigt hab ich mich jetzt nicht das ist aber schade au, neue Waffe so, da werden wir noch mal die ein paar Freunde ne, ist doch schön einer rächt sich auf der Rest zockt wie gut, dass ich noch genug Nikotin in der Flasche habe aber ist auch gut, dass der sich aufregen muss der sich immer am meisten aufregt ja ich rede mich doch nie auf ich bin in die Uhr ach, wie gut, dass niemand weiß, dass Blacky seine Tasten beißt na, 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 na so, jetzt spielen und jetzt bleibst du im Spiel weil sonst werde ich echt zum Tier hier ah, Hunter es hat sich genau hinter Retro hergesprungen die Sau hat mich angesprungen weißt du, ich stand direkt vor ihm er springt über mich drüber ich weiß ja nicht, wie viel er hat bestimmt ne Sehschwäche deswegen hat er dich gar nicht bemerkt bitte ah ja, ich falle immer wieder runter so, und dieser tolle Ladepitch hier Ladepitch hier so, ich hab kein Medipack mehr da 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 recht lange wie hast du diese Anzug anzug Typen? die Anzugträger die Anwälte die, die Anwälte mal oben nach hallo ist oben alles sicher ja danke danke